Hallo! Herzlich Willkommen zu Rainbow Six Siebs mit den Frauen und mit dem Messer. Hallo! Und mit mir sind Ghost Lerner. Und wir sind bei Kanada Dyson. Ja, nach langer Zeit, danke Ghost, danke schön, dass man so gut ist. Ich bin froh hier zu sein. Und ein Jahr nach langer Zeit, ungefähr nach 3-4 Monaten ein kleines Video auf Menschen. Trotzdem immer noch so sehr gute Follower, danke danke. Da hab ich mir mal den Ghost und den lieben Leon, Leon Drando oder so geholt. Und hab mir das Spiel dann Rainbow mit ihm geschnappt. Und haben dann ihm halt gedacht, wir machen mal wieder ein paar Videos für euch. Im Moment ist die Schule ja jetzt wieder Sommerfer. Und Abschluss ist ja, die Prüfung uns im Geburten ist ja jetzt zu Ende. Und wir gehen erst in 5 Monaten wieder. Und da dachte ich mir einfach, wir können ja mal das als Spiel Rainbow wieder auspacken. Und mit den alten Verrückten und mit den alten Verrückten. So, wie lange jetzt wir wieder Rainbow oder allgemein spielen, ist noch unklar. Aber wie jede Staffel eigentlich, also wir machen wieder Staffeln mäßig jetzt erstmal. Wie fast jede Staffel sind die Folgen so 10 bis 20, erst 10 bis 12 Folgen pro Staffel. Wir haben das ein bisschen geändert. Wenn ich ehrlich bin, ich hab keine Ahnung, wie die alten Staffeln waren. Aber wenn man das einfach sagt, man kann das geändert, dann denken die anderen, man weiß das. Und ja, dazu und ich fange heute auf Kanal Rainbow Six Siege mit dem Video. Mit der Zeit. Hey, Deine ich habe ja jetzt noch genug. Ich habe ja jetzt noch gar nicht gerne bei mir zu hören. Ja, ich habe ja jetzt noch geändert. Ja, ich habe ja jetzt noch geändert. Ja, ich werde da etwas auf dem Weg gehen. Ach, ich werde einfach sehen,icar oder auf dem Weg gehen. Ja, ich werde ich jetzt auch auf dem Weg gehen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Schatz, ich bin tot! Links, 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 links! Sie ist alleine! Nein, wir halten! Ich werde gehen! Wo ist sie heute? Die Eben ab? Ja, mach! Mach! Okay... ... ... ... ... ... ... ... ... Das ist ein Dumpf. Das ist ein Dumpf. Na, stund. Ja, das ist ein Dumpf. Das ist ein Dumpf. Das ist ein Dumpf. Was ist mein Weg? Wie ist das denn eigentlich mit der Farbe? Weil du hast ja ein Schild, ne? Ja, aber... Und jetzt... Ach so, ja. Doch, also mein Hauptsache ist eigentlich ein Schild. Ja. Ja, wie gut. So, eigentlich gibt es aber ein Schild. So, aber bei der Manpanie liegt das nicht. Es gibt doch keine Lieblingskünfte in der Manpanie. Ja, leider. Ich hoffe schon, wenn er die das Gänze bis aufbauen. Ja, das kann auch dauern. Wir wollen auch nicht behalten, ich halte es euch. Aber von Blitz, äh, von Venice und so, wollen ich schon lange nicht lieben. Schon dann, ja, am Anfang. Ja, von Smoke. Den hätt ich auch gerne in den Lieblingskünften. Ja, von Lightroom. Aber guck mal, von Blackface gibt es ja auch schon. Ach ja, die haben noch Rekut. Rekut, ehlisch. Na? Und? Und die? Und die von Monk? Na, okay, und das kostet eigentlich so... Einen Euro? Nein, die Tauern, ja. Sind so 2 bis 30.000. Ja, aber das ist eben, so war es ja. Äh, das ist... Wunnen, 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 wunnen. Ja, hier, auf die Bindern, ne? Und ja, wo, ja, wo, ja, wo? Ja, wo, ja, wo, ja, wo, ja, wo? Ja, wo, 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 ja Ja, ist das auch noch ein paar Worte? Oh, ich will nicht auf den Platz. Ich bin hier mal! Ich bin hier schon wieder rein, doch. Ja, ich bin hier mal. So kann ich das nicht beschmettert. Was ist das? Da hab ich gebeten. Da hab ich gebeten. Echt? Warum war da unten? Da war Eko. Eko ist... Eko ist... Eko ist... Eko ist... Mocht es sein... Kost... 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 Ich vergesse die Param... Ich muss nicht durch... Ich mein... Jetzt hab ich die V-Fail... Passt schon... Fack, fack... Wo ist die Hand mit hier? Häftiger Raum, ey! Häftiger Raum! Ja, mein Mauch knallt, ey! Fähig! Häftiger Raum! W epidemiologischer Raum! AHHHHH! Wen把 diese Luft riechen... Geht ihr auch rein? Na, Mauch! Aber jetzt mach ich den Kabel mal halt. Aber wie das ist... Ja, ist weg! Einmal wieder zu machen mit der anderen Fahrer weg. Ah, boah, Herrgall. Ja, auch noch mal wieder zu machen. Jo. Voll schön, oder? Ja. Boah, ich hab einen angeschossen. Ich glaub ich weg wird angeschossen. Ja, genau. Ja, auch gleich. He? Ich hab ein kleiner Aufnahmen. Ich hab's mir gedacht. Irgendwie anders. Schau mal hier wieder. Okay. Auch ganz schlecht, kein kleiner. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir gedacht. Ich bin tot bin ich nicht. Ein Wunder. Und gerade wo ich hier kommt, den Wunder zu führen. Ach so, denn die kommen von den Treppen an. Ich bin ein Wunder. Ich bin ein Wunder. Ein Wunder. Der ist weit down. Ich hab ja gekillt. Geh immer nach unten raus. Und Kenzler. Ich hab markiert. Geht raus. Renn raus. Nein. Die sind oben ganz oben aus dem Hintergrund. Nein. Oder doch nicht. Lass dich ab. Lass ... Lass die Umgang ... Die sind unten, die sind direkt über. Ich will die Schmerzen nehmen! Ja... Wo ist das Wartenschein? Wenn Sie die Schmerzen nehmen, dann sind Sie nicht immer wieder zu spüren. Ja, bei uns ist alles gut. Was ist jetzt passiert, Frau? Ich dachte, dass du noch Schütze gekötterst. Wie habe ich sie geblüht? Schütze? Die überdauen! Ja, ich kann dich machen. Jetzt mach ich mal. Das ist eine gute Runde. Leider weiß ich nicht viel lange, wie es gedauert hat, weil ich das anscheinend im Moment nicht angestehen werde. Nein, nein, nein. Aber ich würde sagen, kurz mach mal. Das war's auch wieder mit dieser wunderschönen Folge für den neuen Start bei MemoFix. Ich mach erster Platz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye. Bis zum nächsten Mal.